Was für eine Saison und was für ein letztes Heimspiel unserer Austria in der 28 Black Arena. Ein tolles Rahmenprogramm mit vielen Ehrungen sind 6.650 Fußballfans zum Saisonabschluss. Und als Highlight besiegte unsere Austria Rapid Wien mit 2 zu 1. Miese, was für ein Saisonabschluss, oder? Ja, so wie wir uns das auch vorgestellt haben, wir haben heute noch einmal alles rausgehabt zum Schluss und die drei Punkte in Klang verlassen. Ja, es war eine wunderschöne Atmosphäre. Das Stadion brachte heute, das Team spielte wirklich, wirklich gut. Wir gaben den Menschen und uns selbst das Ende, das wir verdienen. Und wir haben die drei Punkte bekommen. Wir haben heute bei der Austreff vorhanden. Woran ist das gelegen? Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Taktisch waren wir präsent. Wir haben das gemacht, was der Trainer uns vorgegeben hat. Wir waren in den Zweikämpfen, sonst schlagst du ein bisschen schwer. Und ich kann richtig stolz sein auf die Jungs heute. Das haben wir sehr stark gemacht. Ich glaube, es ist nicht alle Spiele das gleiche. Von unserer Seite, wir versuchen immer das beste zu machen. Und nicht jeder Spiele ist in unsere Fähigkeit. Oder nicht jeder Spiele ist möglich zu spielen das gleiche. Manchmal spielen wir wirklich gut. Manchmal nicht so gut. Es ist auch wichtig, dass wir uns auf die Gegend haben. Wir sehen uns letzte Woche, wir hatten eine fantastische Halbzeit gegen die Champions. Und dann in der zweiten Halbzeit, die Champions kam. Das ist nicht immer auf uns. Aber ich glaube, wir haben... Wenn wir zurückkommen zu unserer Saison, das war wirklich erfolgreich. Letztes Jahr. Und hoffentlich können wir im nächsten Jahr den nächsten Schritt machen. Ja, boah. Schwer zu sagen. Ich glaube, wir haben nicht viel anders gemacht als sonst. Ich will gar nicht sagen, dass weniger Druck da war. Weil ich meine, klar, es ging jetzt nicht mehr um viel. Aber es ging dann doch schon darum, dass wir uns hier ordentlich präsentieren und ordentlich verabschieden. Deswegen, glaube ich, war es jetzt kein Riesenunterschied. Wir wollten einfach, wie gesagt, alles geben. Den Fans nochmal einen Sieg schenken. Das haben wir geschafft. Und das ist sehr, sehr gut. Man hat sehr, sehr viel richtig gemacht heute. Woran ist das gelegen? Ja, ich glaube, wir sind gut in die Partie reingekommen. Dann fällt es eh immer ein bisschen leichter. Dann haben wir gemerkt, dass, glaube ich, jeder hat so ein bisschen gemerkt, dass heute was drin ist. Und ich glaube, in der ersten Halbzeit waren ein, zwei Situationen da, die wir hätten besser ausspielen können. Dann steht schon früher 1-0. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit korrigiert. Dann auch das Glück des Tüchtigen gehabt. Mit dem Eigentor, glaube ich, habe ich gar nicht gesehen. Tatsächlich war schon drin. Ja, und deswegen sage ich, geht das alles in Ordnung heute. Ja, der Trainer hat gesagt, dass wir spielen, unsere Spiel. Wir haben keinen Stress für irgendwas heute. Wir sind frei zu machen. Jeder hat das beste kann, ohne Stress. Also, wenn man ohne Stress spielt, dann kommt dein bestes Selbst immer raus. Also, für uns heute war es sehr wichtig, dass... Es gab ein bisschen mehr Menschen im Stadion. Also, es ist sehr wichtig, dass die Leute uns helfen können. Und wir können sie gewinnen. Blickt man vielleicht doch ein bisschen wehmütig zurück, dass man vielleicht erst heute gerne das Entscheidungsspiel gehabt hätte? Ja, definitiv, glaube ich. Jetzt gegen Salzburg, letzte Woche auswärts, da war wirklich viel drin. Wenn wir 2-0 fahren, hat es schon ein bisschen wehgetan, dass wir das nicht über die Zeit gebracht haben. Und ja, im Endeffekt muss man aber trotzdem realistisch sein. Was wir da mit Austria Klangfeld auf die Beine gestellt haben, ist sensationell. Und jetzt waren wir zweimal in Folge in der Meistergruppe. Und ja, auf das müssen wir aufbauen und da weitermachen. Dann wird es noch einen Schritt weitergehen. Ja, es ist wirklich schade. Es ist wirklich schade. Wir kamen so close dieses Jahr, um das nächste Schritt zu machen, wie wir sagen. Aber wir können nicht bleiben. Wir können nicht bleiben bleiben und werden nicht verabschieden. Wir haben viel erreicht. Wir haben viel erreicht mit diesem Team über die letzten Jahre. Und wir kamen so close gegen diese großen Team, die historischen Klubs, und versuchen, etwas zu bekommen. Ich denke, das ist für unseren Klub wirklich groß. Und das macht unseren Klub größer und größer. Also hoffentlich, das ist das, was ich sage, wir sind bereit für das nächste Jahr, das nächste Schritt zu machen. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir letzte Woche 2-0 in Führung gegangen sind, in Salzburg. Aber auf der anderen Seite, ja, sollten wir auch weiterhin demütig sein. Weil, ich glaube, wir haben viel hier rausgeholt. Oder vor allem auch mit Matthias Imhoff. Hat viel hier rausgeholt. Ich bin ja erst seit einem Jahr da, aber das geht ja schon ein bisschen länger. Und da muss man an der Stelle auch nochmal Danke sagen. Nee, und für uns geht es jetzt einfach darum, nächste Saison anzugreifen und nächste Saison wieder am besten ins oberen Playoff zu kommen. Und ja, dann die wichtigen Spiele zu gewinnen im oberen Playoff. Und dann schauen wir mal. Ich meine, jetzt ist erstmal Vorbereitung. Jetzt ist das Ding erstmal vorbei. Und dann greifen wir nächste Saison wieder an. Saisonabschluss auf der einen Seite. Und für dich ein ganz großer, bei der Auswechslung langer Weg. Du hast dich feiern lassen. Hast du es ein bisschen genießen können? Ja, extrem. Ich habe das alles aufgesaugt. Ich will mich gleich mal bei den Fans bedanken für den Abschied. Ich bin froh, dass mir der Trainer noch einmal die Chance gegeben hat, heute von Anfang an zu spielen. Ich habe mit meinem Kind einlaufen dürfen. Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Natürlich ist es ein Abschied, der schon ein bisschen weh tut, weil ich mich gerade zugekämpft habe. Aber im Leben geht es immer weiter. Ich werde natürlich die Austria weiterhin verfolgen. Das ist mein Herzensverein und ich wünsche ihnen nur das Beste. Und so geht eine weitere tolle Saison in die Geschichtsbücher ein. Aber nach der Saison ist vor der Saison. Der Aboverkauf für die Sitzplatzverlängerung startete bereits mit 4. Juni online. Ab 12. Juni kann man dies auch in der Geschäftsstelle machen. Für 19,20 Klubmitglieder beginnt der Aboverkauf ab 19. Juni. Und der freie Aboverkauf startet mit 26. Juni. Bis dahin, eine schöne Zeit und wir sehen uns in einer neuen Saison, wenn es wieder heißt, zusammen nach Weidnersdorf. Wir haben uns gekannt für die Sitz. Wir haben uns gekannt für die Sitz. Und wir haben uns gekannt für die Sitz. Wir haben uns gekannt, die Sitz. Und wir haben uns gekannt.